Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir nochmal unseren Hello World Code ein bisschen erweitern, denn der war ja eigentlich noch nicht wirklich Quantencode. Es war einfach nur ein erster Q-Sharp-Code. Aber heute wollen wir einen richtigen Quantencode schreiben und zwar wollen wir einen Zufallsgenerator schreiben, der tatsächlich wirklich nicht vorhersagbar ist. Das heißt, kryptografisch gesehen ein perfekter Zufall, der einfach wirklich eine 50-50 Chance hat und wirklich gut verteilt ist. Denn ja, wie gesagt, man kann nicht vorhersagen, das ist physikalisch nicht möglich, zumindest mit unserer Technologie heutzutage, wie ein Quantum quasi rauskommt, also ob es eine 1 oder eine 0 hat. Man kann es wirklich nicht vorhersagen und deswegen ist das eigentlich auch ein perfekter Zufallsgenerator, was für die Kryptografie natürlich eine wahnsinnige Anwendungsmöglichkeit ist. Deswegen ist da eigentlich auch schon jeder heiß drauf. So, wir wollen als allererstes ein Quantum verwenden und das machen wir mit einem Using Statement. Das heißt, hier sagen wir, okay, wir benutzen ein Quantum mit dem Namen Q und sagen, okay, Q ist ein Qubit. Q-Bit. So, das müssen wir initialisieren wie eine ganz normale Klasse, auch mit zwei Klammern und dementsprechend ändert sich nicht wirklich irgendwas Besonderes. Und das ist jetzt ein Block, in dem wir dieses Qubit verwenden können. Und hier drin haben wir jetzt alle Möglichkeiten, die wir tatsächlich auch kennengelernt haben. Das heißt, wir können das Ding in Superposition versetzen. Das wollen wir jetzt als erstes mal machen. Die anderen Dinge wollen wir dann später mal noch machen. Aber jetzt wollen wir zuerst mal hier das ganze Ding in Superposition versetzen. Das machen wir mit dem Aufruf H von Q. Q ist der Name des Qubits. Das heißt, mit H versetzen wir unser Qubit in Superposition und damit ist es jetzt exakt alle Zustände auf einmal. Also, das habe ich ja in der Theorie lang und breit erklärt. Wir wissen jetzt überhaupt nicht mehr, was dieses Qubit eigentlich gerade für einen Zustand hat. Ob das jetzt 0 oder 1 ist, beziehungsweise jetzt aktuell hat es sogar alle Zustände auf einmal. Und wenn wir jetzt dieses Qubit messen, dann kollabiert es mit einer exakten Chance von 50% auf sowohl 0 als auch 1. Also, entweder 0 oder 1. Es kollabiert dann auf einen Fall. Und das können wir messen, indem wir let R für Result gleich Messung von Q für Qubit. Und damit messen wir das Qubit. Das heißt, wir lösen es aus seiner Superposition raus und messen den Wert, den es gerade hatte. So, am Schluss muss man immer das Qubit resetten. Ansonsten funktioniert das Ding nicht mehr. Also, es ist quasi, damit wir das Ding wieder freigeben und für andere Zwecke verwenden können. Das muss man einfach immer tun am Ende. Das ist ähnlich wie, wenn man wieder Speicher freigibt sozusagen. Und das musste man ja in so Sprachen wie zum Beispiel C auch meistens von Hand machen. Ja, und zu guter Letzt wollen wir selbstverständlich noch das Ergebnis von dem Qubit zurückgeben. Das heißt, wir returnen ganz normal wie immer, return R. Das heißt, dieses Result hier geben wir jetzt zurück. Allerdings müssen wir dazu unseren Return-Typ ändern auf Result. Und damit haben wir eigentlich schon unseren ganzen Quanten-Code. Und dieses Qubit hier, das können wir jetzt tatsächlich messen, hat sowohl eine Chance auf 0 als auch auf 1 gesetzt zu werden, wie wir gleich sehen werden. Da wir jetzt hier allerdings kein Print-Statement drin haben, können wir hier gerade nichts sehen. Das heißt, wir packen das Ganze jetzt hier mal noch in ein Print-Statement und schauen uns dann an, was dabei rausgekommen ist. Das ist jetzt natürlich nur ein einzelner Versuch. Und wir sehen, das Laden dieser Quantenumgebung, das dauert schon eine ganz schöne Zeit. Aber wir sehen, jetzt kam gerade 0 raus. Mal gucken, was beim nächsten Mal rauskommt. Wieder 0, also wieder quasi nichts, was wir gerade so sehen wollten. Und was wir jetzt deswegen mal machen ist, wir vergrößern unsere Reichweite. Das heißt, wir sagen, wir machen nicht nur einmal diese Simulation, sondern wir machen das ganze Ding, damit die Umgebung eben nur einmal geladen werden muss, machen wir das ganze Ding 1.000 Mal. Das heißt, wir sagen 4E in Range 1.000 und da wollen wir jetzt das hier machen. So, und ja, jetzt könnten wir, also klar, wir können jetzt hier einfach dieses Ding 1.000 Mal ausgeben, aber ich glaube, dann haben wir relativ wenig gewonnen, denn es wird entweder 0 oder 1 rauskommen und zwar 1.000 Mal. Und das dann zu zählen, macht von Hand wenig Spaß. Deswegen haben wir den Treiber-Code, das heißt, wir schreiben uns jetzt hier in unserem Python-Skript einfach noch ein 0s ist gleich 0 und ein 1s ist gleich 0. Und jetzt sagen wir hier, if das da gleich gleich 0, dann 0s gleich 0s plus 1. Ansonsten wird natürlich 1s auf 1s plus 1 gesetzt. Und damit haben wir quasi die Überprüfung, wenn der Code hier quasi eine 0 ausgibt, dann erhöhen wir die Anzahl an 0s und am Ende geben wir einfach diese Anzahl wieder aus. Also print 0s und wir geben selbstverständlich 0s zurück. Und dementsprechend geben wir auch die 1s zurück, damit wir auch hier sehen können, wie viele 0en und wie viele 1en wir eigentlich hatten. Wenn wir diesen Code jetzt ausführen, dann landen wir dieses Mal bei 0s, bei 527 Nullern und bei 473 Einsern. Aber das wird jedes Mal variieren, also ungefähr so 50 zu 50 werdet ihr haben. Aber wie gesagt, das ist auch immer eine Zufallssache. Also wie viel Glück oder Pech habt ihr gerade? Wie gesagt, das sind nur simulierte Quanten, das sind keine echten. Also wir sehen, jetzt haben wir es gerade andersrum. Jetzt haben wir 465 Nuller und 535 Einser. Aber im Schnitt werdet ihr eine 50-50-Relation haben. Und natürlich, je mehr ihr hiervon macht, desto weniger variiert das Ganze. Das kann sich bei euch selbstverständlich unterscheiden. Und wie gesagt, das ganze Ding hier ist auch nur ein simulierter Quantenrechner. Das heißt, das Ding simuliert das alles bei euch auf eurem PC. Das heißt, das ist in diesem Fall noch kein echter perfekter Zufall, weil die Quanten nur simuliert sind. Aber wenn die Quanten dann tatsächlich als Quanten verwendet werden könnten, sprich, wenn man zum Beispiel über die Cloud, über eine API, einen echten Quantenrechner ansprechen kann, dann ist dieser Zufall wirklich perfekt. Und kryptografisch absolut sicher. Zumindest solange wir nichts Gegenteiliges beweisen. So, wir sehen jetzt hier, jetzt sind wir schon näher an dem 50-50-Verhältnis dran, weil wir einfach eine größere Stichprobengröße hatten. Und ja, das ist eigentlich auch schon der erste Code, den wir schreiben wollten, um zu zeigen, ja, hier haben wir wirklich einen guten Zufallsgenerator. Einfach so, dadurch, dass wir einen Bit in einen Super, äh, oder einen Quantenbit in eine Superposition versetzen und wieder dann messen. Gut, das war es von meiner Seite auch schon. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.